So, okay, ich schätze, Julian hat vor jede Qualität ein anderes Intro geschnitten, dass man hier schon mal gucken kann, welches nice ist. Qualifikation Nummer 2 wäre die von Detox gewesen, deswegen jetzt Qualifikation Nummer 3. Kamro mit Hugo Boss, mit Hugo Boss, Freunde. Big Boss, stabile Frisur. Ja, ich weiß, Bro. Corona Cut. Corona Cut, Digga. Kriegst du kostenlos. Kriegst kostenlos Corona Cut. Easy. Muss sagen, das Intro fühle ich auch noch nicht. Die ersten beiden Intros bis jetzt fühle ich nicht. In meinem Joint, pures Ott. Uh, direkt schon geilere Stimme, Bro. No Front gegen den ersten, dessen Namen ich wieder vergessen habe, aber eine Sekunde von dem, Bro, besser als eben die 58 Sekunden. In meinem Joint, pures Ott. Riech mal dran, guter Stoff. Oberteil, Hugo Boss, deine ganze Band, ich stehe unter Schock. Boah, Bruder, seine Stimme, seine Betonung. Nice. Riech mal dran, guter Stoff, Oberteil, Hugo Boss, deine ganze Band, ich stehe unter Schock. In meinem Joint, pures Ott. Riech mal dran, guter Stoff, Oberteil, Hugo Boss, deine ganze Band, ich stehe unter Schock. Sei ein Frisch-Püt-Kahl-Rasur, bin der Nigger, der ich Ihnen niemals gerade... Frisch wie Karl-Rasur, oder was? Hugo Boss, deine ganze Band, ich stehe unter Schock. Sei ein Frisch-Püt-Kahl-Rasur. Fühl dich, den Line, fühl dich, ist mein Lebensmotto gewesen, Freunde. Bin der Nigger, der ich Ihnen niemals gerade... Davon distanziere ich mich auch. Ich weiß nicht, was auf Twitch erlaubt ist und was nicht, aber von dieser Aussage distanziere ich mich. Twitch Deutschland and Twitch International, I'm distancing from the Aussage, from the Statement of the Hugo Boss. Boah, er kommt gut auf den Beat. Again, I'm distanciering. Trotzdem könnt ihr schon mal like, der kommt krass auf den Beat, holy fuck, er kommt krass auf den Beat, man. Er kommt sehr, sehr gut auf den Beat, krasse Stimme. Boah, der auf so'n, wenn er Beat noch mehr knallen würde, man. Was? Jungs? Kann ich? Okay, ich sag einmal... Ich distanziere mich zu allen Aussagen in den nächsten eine Minute. Geht das so auf Twitch, Jungs? Holy fuck, ich weiß nicht, was ich darf und was nicht. Hm. Ich kann mir halt vorstellen, man, der Beat ist ein bisschen zu leise, hab ich das Gefühl. Und da fehlt ein bisschen der Bass. Aber auch so'n krassen Beat so. Auf so'n krassen Beat, wo der Bass krass knallt, Alter, würde der so heftig kommen. Bisschen erinnert er mich auch an Luciano, muss ich sagen. Von der krassen, prägnanten Stimme her. Kommt hier im Bendo, Samstagabend wie ProSieben auf Sendung. Meine Jungs tragen Boss und kein Kenzo. Miesi, hab wir nie sieben Endpunkt. In meinem Joint, pures Ott. Riech mal dran, guter Stoff. Ja, Mann. Oberteil, Hugo Boss, denn die ganze Band ist still unter Schock. In meinem Joint, pures Ott. Riech mal dran, guter Stoff. Oberteil, Hugo Boss, denn die ganze Band ist still unter Schock. Ja, Mann, was soll ich auch anders machen als Nicken, Bro? Den fühl ich sehr. Den fühl ich sehr. Der würde mich zerfetzen. Wenn wir jetzt mal den ersten, den wir uns eben gegeben haben, wie heißt der Boy, also NoFront gegen ihn, aber Dufresign oder so, gegen Kamroo setzen. Kamroo würde den zerfetzen. Der würde den zerfetzen, Bruder. Der würde den in dem Pape wegrauchen, hab ich das Gefühl, so wisst ihr wie ich es meine. Deswegen holy fuck, holy fuck, ähm, crazy Digga.